Hallo und willkommen bei Einfach Japanisch. Heute lernen wir 50 wichtige Begriffe und Phrasen zum Thema Kochen und Mühe. Am besten lernt ihr das, wenn ihr einen Kopfhörer tragt. Dann fangen wir nochmal an. Yaku. Braten, rusten, bakken. Ageru. Frütieren. Nikomo. Einkochen. Itameru. Meistens in der Pfanne. Braten, rusten. Ageru. Gewürzmischen. Yuteru. Kochen. Nieru. In Brühe kochen. Musse. Dämpfen. Kiru. Schneiden. Moku. Schälen. Kisamu. Hacken. Mishingiri. In kleine Stückchen schneiden. Schälen. Hick. Malen. Mugen. jugler. Wurzhen. Micekeo killen. Optro 분 lassen. Leid osul Einfrihen Kai dosul Auftauern Misu Wasser Oyu Heißes Wasser Joon Zemma temperatua Kori Ice Atsui Heiß Zumetai Kaldu Yasai Gemüse Niku Fleisch Saakana Fesh Tamago Ai O Kome Reis Reis O Kome O Taku Reiskochen Onigiri Reisbällchen Konkari Konkari Yaku Goldbraun Braten Koketsuk Anbrennen Fuki Koboreru Überkochen Oberkochen Oishii Lecker Masui Unappetitlich Komi 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 Bukai Interessant Futsu Normal Normal Super 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 Fantastisch Moushi Bunno Nine Tadellos Komi Komi Dua Arrima Das Is Nicht Gans Main Geschmack Tadellos Gajaymo Wa Yawame Ni Nite Kudasai Die Kartoffel Bitte Weichkochen Karee Wa Suki Desuka Mögen See Garee Kartainiku Ga Hii Des Hartes Flesch Is Kudu Ich liebe Weißwurst,舌の上でとろける Zerketa auf der Zunge Fumigai Köstlich mit gutem Geschmack Kagaku Chomirou Fushio Ohne künstliche Geschmacksverstärker Kufukua Saishou no Chomirou Hunger ist das beste Gewürz Danke, dass ihr so weit zugehört habt Das waren die 50 wichtigen Begriffe zum Thema Küche und Koche Was ist euer Lieblingswort? Gibt es eurer Meinung nach noch wichtige Begriffe? Gibt es irgendwelche Themen, die ihr gerne haben wollt? Schreibt alles in das unsere Kommentarfeld hinein Ich würde mich freuen Dann sage ich mal, bis zum nächsten Mal Wir hören uns Bis zum nächsten Mal Also, ich bin froh. Untertitelung des ZDF, 2020